Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Heute schauen wir uns hier die Panini-Vorschau 110 gemeinsam an, mit den Neuheiten zu Juli, August und September 2023. Ich weiß, ich bin reichlich spät dran, das Ganze so ein bisschen von meinem Radar verschwunden, ich hab's vergessen, verdrängt, wie auch immer. Ich hatte am Ende vom letzten Monat meine Vorbestellung getätigt und hab diesmal den Komplettversand gewählt. Das heißt, in physischer Form hat mich diese Zeitschrift hier nie erreicht und dann hab ich's auch einfach sein gelassen und, ja, einfach vergessen. Meine berufliche Situation hat sich ja auch geändert. Ihr wisst das vielleicht schon, ich hatte da eine Umfrage für gestartet. Übrigens vielen Dank an alle, die mit Ja gestimmt haben, ob sie sich bei mir einen Patreon vorstellen könnten und mich da unterstützen würden. Das hat mir so die allererste Unsicherheit genommen. Ich würde gerne nämlich YouTube beruflich verfolgen und hab da natürlich auch schon viele Konzepte und Formate im Kopf, die ich machen könnte, was, ja, natürlich großartig wäre. Ich weiß, es ist natürlich nicht repräsentativ für alle Zuschauer. Es war nur ein kleiner Teil, der da abgestimmt hat und ich hab jetzt auch nicht haufenweise Abonnenten und so weiter, sodass ich auf jeden angewiesen bin. Aber, ja, die erste Unsicherheit war einfach ein angenehmes Gefühl. Ich sag's mal, wie es ist, ne? Kümmert euch nicht um die beiden offenen Tabs hier. Das sind einfach privat geöffnete Sachen. Auf die geh ich am Ende des Videos kurz ein, um euch einfach zu zeigen, was ich da gemacht habe. Aber das ist jetzt nichts, was mit dem Video irgendwie zu tun hat oder so. Wie gesagt, wir gucken uns das Ganze exklusiv zum ersten Mal hier zusammen an. Wie immer eigentlich. Moment, was ist denn hier los? Wieso kann ich das denn nicht? Vollbild, hallo? So, jetzt reinklicken. So, so fangen wir an. Viel besser. Also zunächst einmal hier Flash ziert das Cover. Das ist schon mal positiv. Wieder ein US-Superheld und zwar die Filmversion, aber besser als eine Anime-Figur wie beim letzten Mal. Und wir steigen ein hier mit Seite 1. Was ist das hier alles? Schon wieder Anime. Deadpool, Start der brandneuen Heftserie, siehe Seite 3. Deadpool geht von neuem los, okay. Black Label, die neue Miniserie mit Batman und dem Joker ab Seite 42. Das wird mit Sicherheit Marc Silvestri sein. Wird gekauft, auf jeden Fall. Lisa und Leo sagt mir jetzt gar nichts. Predator. Die Jagd geht weiter. Coole Idee. Wir hatten ja bislang immer Alien-Comics und jetzt Predator. Interessant. Joker. One Operation Joker, der Manga. Ja, okay. Da bin ich raus. Die Panini-Vorschau 111 mit allen Neuerscheinungen im Oktober, November, Dezember 23 ist ab 8. 9. Erhältlich. Werde ich mir merken und dann hoffentlich auch mit euch direkt zu Release gemeinsam ansehen. Anders als heute. So, wir fangen direkt an mit Marvel. Die furchtlosen X-Men, die Heftserie, geht weiter mit 17, 18 und 19. Dann haben wir hier Deadpool 1. Das ist der besagte Deadpool von Alissa Wong. Kenne ich nicht. Zeichnung Martin Kokolo. Der sagt mir was. Inhalt Deadpool 22 Nummer 1. Wir bekommen also Deadpool 22, die Erstausgabe, aber kein Der Devil 2019. Naja gut, Deadpool ist wahrscheinlich beliebter in Deutschland. Mal gucken. Marvel Action mit allen Avengers aus Zeit und Raum. Das klingt direkt sehr uninteressant. Avengers 55, 56, 57. Nichts für mich. Spider-Man 8, 9 und 10. Die Heftserie geht einfach weiter von Zeb Wells natürlich. Dann haben wir hier Spider-Man 11 und 12. Okay. Dein tödlicher Nachbar Spider-Man. Craven, der Hunt, ab Oktober im Kino. Wirklich? Ach ja, da war doch was. Das ist aber wieder so ein Sony-Film oder so. Das war jetzt nicht ... Sorry, wenn ich jetzt irgendwie was vertausche. Aber ich glaube, das war nicht von Marvel. Das waren halt die Macher von Venom etc. Würde ich mir ansehen tatsächlich. Interessant. Also, dein tödlicher Nachbar Spider-Man von Story B, Earl Taboo. Zeichnung Juan Ferreira, sagt mir was. Inhalt Deadly, Neighborhood Spider-Man 22, 1 bis 5. Es starten anscheinend schon die 22er-Serien. Die sind ja recht aktuell. Oder sehr aktuell sogar. Peter Parker kommt für ein wissenschaftliches Projekt nach Los Angeles. Doch er landet auch in einer Albtraumwelt, in der Spider-Man flammende Augen hat und bizarre Monster hausen. Und dann greift ihn auch noch ein schrecklicher Bärendämon an, mit dem es in der Vergangenheit schon die New Mutants zu tun hatten. Geschrieben unter anderem von Taboo. Mitglied der Black Eyed Peas. Was? Mitglied der Black Eyed Peas. Das ist doch ... Das hier ist Musik, oder nicht? Was qualifiziert denn ein Mitglied von den Black Eyed Peas, einen Spider-Man-Comic zu schreiben, jetzt auf einmal? Ich mein, die Idee klingt ziemlich cool. Deadly, Neighborhood Spider-Man. Wir würden das bei DC einfach Black Label nennen. Dementsprechend hab ich schon Interesse. Ich werd's mir wahrscheinlich nicht einfach so kaufen können mittlerweile. Wie gesagt, Job und so weiter. Aber ich kann mal fragen, ob der Steffen mir das als Rezensionsexemplar irgendwie schickt. Also, ich find die Idee ganz cool, aber das hier hat mich so ein bisschen gerade aus dem Konzept geworfen, ehrlich gesagt. Spider-Man, die verlorene Jagd. Story, JM, Dematé, sag mir was. Zeichnung, Eda Messias, Belladino, sagen mir nix. Bravo, Brand People, Skyl, Hotz, unter anderem was? Da sind aber viele Leute hier bei den Zeichnungen. Inhalt Spider-Man The Lost Hunt von 23, 1 bis 5, mega aktuell. Mitten in der Klonsaga der 90er hat Peter seine Kräfte verloren und sein Wirken als Spider-Man aufgegeben. Zudem sind er und seine schwangere Frau Mary Jane nach Portland gezogen. Dennoch macht Gregor, langjähriger Helfer von Karabinov, dort nun Jagd auf Pete. Außerdem werden in diesem Band Cravens Anfänge enthüllt. Eine brandneue Story zum Bestseller Spider-Man Cravens Letzte Jagd. Wer hat das schon wieder rausgeholt? Ein düsterer neuer Comic von Spider-Legende, JM, Dematé, okay. Schon wieder Cravens Jagd. Ich meine, es passt halt jetzt zum Zeitgeist wegen dem Computerspiel, aber auch dem Film natürlich, der hier oben auch genannt wird. Aber dennoch schon wieder Cravens Letzte Jagd. Ich meine, ich werde schon recht bald ein Video zu sowas machen, was mich daran stört und so weiter und wie das alles aktuell aussieht. Ehrlich gesagt habe ich auf die meisten, ja, Spider-Man vs. Craven, was sonst? Story Stan Lee, ja, wird was Altes wieder rausgeholt. Das wird ein Reprint sein hier. Eine Collection sozusagen. Eine Zeitreise durch die blutige Geschichte von Spidey und Craven. Der perfekte Band zum kommenden Craven-Film. Dark Web Sonderband. Okay. Story Sabir, Beherzada und Gary Doggan, okay. Zwei neue Miniserien zum Dark Web Event in einem Band. Goblin Queen und Ben Reilly lassen Dämon of New York los. Spidey tut sich mit dem X-Men zusammen. Doch einige Mutanten sind auch in dieser Dimension gefangen. Außerdem, Miss Marvel stellt sich nicht nur in New York allen Gegnern und wird dabei von Miles Morales unterstützt. Ich bin schon fast so ein bisschen angewidert von den aktuellen Spider-Man-Comics. Erstens, da sind jetzt alles Crossover-Marketing-Bände zum Film. Da wird einfach gnadenlos alles ausgeschlachtet, wie da was geht. Jetzt nicht gegen Panini gerichtet, sondern Marvel. Des Weiteren wirkt es auf mich nach wie vor so, als wüssten sie einfach nicht, wohin jetzt mit Spider-Man. Irgendwie hat keiner eine Vision für diesen Helden. Es geht immer nur darum, ja, möglichst viele verschiedene Spider-Männer zu haben, damit sich jeder mit Spider-Man identifizieren kann. Aber story-technisch, ja, was passiert da story-technisch? Es ist halt, nee, es bleibt sowas von unter seinem Potenzial. Das ist mega schade. Spider-Man Sonderband 1 von Dan Slott. Ja, wie im Sonst. Ganz ehrlich. Tut mir leid, ist nicht mein Interesse jetzt. Ich mach jetzt einfach weiter. Neue Story für junge Leser. Okay, könnte ich mir vorstellen für meinen Sohnemann, dass ich ihm das kaufe. Ich würde den Comic dann aber gerne vorher selber lesen und gucken, ob da nicht alles voller Boker-Inhalte ist, um ihm das Gehirn zu waschen. Während die Avengers damit beschäftigt sind, New York City vor einer großen Bedrohung zu schützen, erhält Spider-Man die wichtigste Aufgabe von allen. Er muss dafür sorgen, dass alle Super-Haustiere der Avengers in Sicherheit sind. Er lebt in diesem Band, wie Spidey sich mit Hawkeyes-Hund-Lucky... Aha. Super-Pets-Crossover, ne? Weil die Kinder ja eventuell den Film gesehen haben, der auch schon diese Botschaften hatte. Na, egal. Spider-Man, Miles Morales, gefährliche Gezeiten. Ja, auch was für Kinder, die Fortsetzung zum irgendwas. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab jetzt für meinen Sohn beim Splitter, oder vielleicht besser gesagt bei Turnfisch, über Splitter, hab ich ihm Großwerden mit den Schlümpfen bestellt. Das lesen wir immer ganz gerne, aber... Ich vertraue halt Marvel mittlerweile nicht mit diesen Kinderbänden, ist halt einfach Quatsch. Das neue Leben des Tony Stark, okay? Der unbesiegbare Iron Man 1. Artworks sehen schon mal ganz nett aus. Das ist hier die neue Heldin Ironheart, ne? Storys von Gary Duggan und Zeichnung von Juan Frigiri. Das sind ja Namen. Jedes Mal ein anderer Name. Invincible Iron Man heißt das Ganze. Ja, das könnte ja was Nettes sein an sich, ne? Dann haben wir hier Avengers aufs Ganze von Derek Landy, wie auch immer das ist. Zeichnung Greg Land, wie auch immer das ist. Ein brandneues Abenteuer mit den mächtigsten Helden der Erde mit dabei. Spider-Man. Sowas könnte tatsächlich ganz nett sein, denke ich, ne? Einfach nur so ein One-Shot mit den Avengers und Spider-Man mit dabei. Murderworld von Jim Supp und Ray Fox. Jim Supp kann schreiben. Vor allen Dingen so ein bisschen düstere Sachen, denke ich. Ich habe von dem halt hauptsächlich Conan gelesen. Deswegen, ja, warum nicht? Moon Knight. Okay, das ist eine Ansammlung an verschiedenen Nummer-1-Issues oder Einzel-Issues, besser gesagt. 200 Teilnehmer, 100 Millionen Dollar Preisgeld. Nur einer kommt durch. Die Gerüchte sind wahr. Murderworld existiert. Jedes Jahr veranstaltet ein irrer Multimilliardär ein geheimes Turnier, bei dem hunderte Menschen ums Leben kommen. Leute, das ist jetzt alles, was ich bislang zu diesen Spider-Man-Comics gelesen habe. ist ein Band von Nick Spencers Spider-Man-Run. Cravens letzte Jagd wurde da auch nochmal aufgefrischt. Und da hatten wir auch dieses Turnier, wo die ganzen Leute gejagt wurden und so weiter. Ja, ist halt sehr kreativ alles. Die fantastische neue Serie mit Wanda Maximoff. Aha, Scarlet Witch. Sieht ein bisschen komisch aus hier von der Zeichnung. Von Steve Orlando. Hm, ja. Sarah Picelli ist eine sehr begnadete Comic-Zeichnerin. Mag ich gern. Und das ist hier von 23, 1 bis 5 und Annual 1 ist drin. Joa, vielleicht. Die Zeichnung hier ist nicht so gut gewählt, finde ich. Aber ansonsten, die Cover sehen auch nicht so ansprechend aus, finde ich, oder? Wenn, dann das hier. Ist auch ein Variant. Naja, gut. Die unsterblichen X-Men 2. Der böse Mutant-Sinister. Übrigens, ich lese gerade nicht die Erscheinungsdaten vor. Ich vergesse das jedes Mal. Bitte orientiert euch einfach selber hier im Bild. X-Force 6 geht weiter. X-Men Red 2. Wolverine the Beste 5 mittlerweile. Hulk 2. Das ist von Donny Cates. Das geht endlich weiter. Sehr gut. Joa, Finalausgabe. Wait, what? Ein Planet voller Hugs. Wie Finalausgabe? Hat Donny Cates nur zwei Bände geschrieben? Was? Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der hat länger dran geschrieben. Die neuen Savage Avengers 2. Oh, das ist hier Elektra als Daredevil, ne? Spoiler. Aber ich meine, ihr seht sie gerade. Wir haben ja den Run hier erhalten. Also, wie sollte ich euch spoilern? Carnage 2. Okay. Das werde ich wahrscheinlich dann wieder kaufen. Das ist von Rem V. Rem V kann schreiben. An Aquaman Andromeda war ich recht enttäuscht von ihm. Aber er kann schreiben. Ich war weniger von ihm enttäuscht tatsächlich als von den Zeichnungen. Deswegen. Joa, warum nicht? Sieht tatsächlich ganz cool aus hier. Venom, Erbe des... Ist das hier Malekif oder wer ist das? Elfen und Asen. Das könnte Malekif sein, ja, oder? Allgemein wahrscheinlich ein Dunkelelf einfach. Venom. Erbe des Königs 3. Wird gekauft. Ist auch von Rem V und L. Ewing. Okay. Dann haben wir Punisher. Kriegstagebuch. Ist das das Neue wieder mit dem komischen Schädel hier, den ich irgendwie verwechselt habe? Ich finde, das sieht irgendwie japanisch aus mittlerweile. Len Medina, Raphael T. Irgendwer. Torun Grombeck. Die Namen sagen mir halt alle nichts. Keine Ahnung. Neuerdings ist Frank Castle der König der Killer und der Messias der Hand. Mit einer übernatürlichen Ninja-Armee. Ach, guck mal, das passt doch. Unter seinem Kommando geht der Punisher brutaler und effizienter denn je gegen jene vor, die Böses tun. Doch nun schlägt die kriminelle Unterwelt zurück und ein Punisher-Erzfeind mischt mit. Allerdings begann Frank Scum schon vor Jahren, als der Familienvater aus Vietnam heimkam. Falls ihr es nicht wisst. Punisher 3 geht weiter von Jason Aaron. Ich habe schon ein paar Sachen dazu gehört. Zum einen soll das sehr gut gewesen sein, aber das Ende war enttäuschend von diesem Run hier. Habe ich im Englischen so gehört. Legt da nicht allzu viel Wert drauf. Könnte auch natürlich so sein, dass es nicht stimmt oder Geschmackssache ist oder was auch immer. Miss Marvel-Teamarbeit mal anders. Interessiert mich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Captain Marvel interessiert mich nicht. Captain Marvel interessiert mich nicht. Strange Academy Abschlussprüfung. Ehrlich gesagt war ich so ein bisschen hier dran interessiert. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich muss ja immer jetzt so ein bisschen auch gucken, welche Comics ich mir tatsächlich kaufe und welche nicht. Und meistens landet Strange Academy jetzt nicht in meinen Top 10. Strange 2. Das ist die Strange-Serie, wo es jetzt irgendwie eine Frau ist. Dann haben wir hier Spider-Man Paperback Nummer 13. Und das ist von Nick Spencer. Wie viele hat er gemacht? 13 oder 14? Ist auf jeden Fall bald vorbei, denke ich. Und, ja, mit einem neuen coolen Anzug hier. Ja, das werde ich wieder kaufen. Die Dinger sammle ich noch. Und, ähm, demnächst werde ich auch den Run mal beenden. Avengers Paperback 10. Ja, Jason Aaron wieder. Dann haben wir hier Spider-Man Classic Collection 2. Das ist ganz nett immer. Ich finde das ganz gut, dass sie die alten Sachen als Collection releasen. Dann haben wir hier Daredevil Collection von Frank Miller. Da sollte ja eigentlich die andere Daredevil Collection sein, die wir, ähm, erwartet hatten oder auf die wir gehofft hatten. Aber leider bekommen wir die von Frank Miller. Dann haben wir hier Marvel Must Have, Daredevil und Echo. Teile der Leere. Eine Menge Must Haves. Die ultimative Spider-Man-Comic-Kollektion geht auch weiter. Werde ich auch wieder weiterhin natürlich kaufen. Aber Band 21 schon? Habe ich den 20er hier? Wahrscheinlich eher nicht. Muss ich mal gucken. Aber ja, das ist auch schon recht bald vorbei. Ich denke, mit irgendwie 31, 32 Bänden ist das wahrscheinlich dann getan. Und wir kommen jetzt endlich zu DC. Batman Action. Batman auf Verbrecherjagd von Panini Kids. Sieht gar nicht kindergerecht irgendwie gezeichnet. Ich weiß auch nicht. Ja. Der Batman-Comic-Adventskalender. Okay. Äh, Batman-Heft-Serie geht weiter. Dark Crisis Sonderbahn 2. Schlachten im Multiversum. Okay. Wann kommt eigentlich das Infinite Frontier Event als Paperback? Bin ich immer noch... Ja. Ich warte. Dawn of the DCU. Dark Crisis geht weiter in Heftform. Batman Incorporated 1. Ich meine, die Zeichnung hier ist cool. Batman Incorporated als Idee mag ich überhaupt nicht. Die Idee kommt von Grant Morrison. Mhm. Die Rückkehr von Grant Morrissons cooler Bat-Truppe. Ja. Batman Urban Legends 3 von... Ne. Future State Gotham 3 von 3. Dann haben wir hier Batman Detective Comics. Die Heft-Serie geht weiter. Dann haben wir hier... Der Joker, der Mann, der nicht mehr lacht. Eins von Matthew Rosenberg. Das könnte doch was sein, ne? Weiß ich nicht. Habe ich nichts von gehört. Die Comics zum Flash-Film. Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Also... Comics zu filmen mag ich jetzt nicht wirklich. Die offizielle Vorgeschichte zum Film, an der mit Sicherheit niemand von den Filmproduzenten beteiligt war. Aber... Ne. Nicht wirklich. Also mich interessiert auch der Film nicht wirklich. Ich weiß nicht, wieso. Er packt mich einfach nicht. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir nur... Ne. Ne. Ich mag den Comic, den Film. Ne. Batman 89. Die Fortsetzung von Tim Burtons Batman-Film. Den gab es doch schon. Den habe ich im Regal. Warum? Warum? Weitere Flash und Batman-Highlights. Ach so. Okay. Die machen hier einfach nur nochmal Werbung für die älteren Bände. Dann haben wir hier Flash Nummer 4 von Jeremy Adams. Ja. Wird gekauft. Die Flash-Serie ist auch gut. Also... Ne. Flash war bislang wirklich fast durchgehend gut. Bis auf ein paar Event-Sachen und so weiter. Aber Flash seit der New 52 ist eigentlich recht gut. Blue Beetle. Reife Prüfung. Ja. Das war natürlich abzusehen, dass da wieder was Neues kommt. Allein schon wegen dem Film und so weiter. Und wer weiß. Vielleicht haben wir hier das erste Mal einen guten Blue Beetle Comic erhalten seit 20 Jahren. Harley Quinn. Die Bat-Legion. Ja. So sieht es auch aus. Als wären sie in der Bat-Legion. Harley Quinn Nummer 4. Kein Interesse. Stephanie Phillips. Catwoman Nummer 9. Von Teenie Howard. Kein Interesse. Deathstroke Inc. 2 von 2. Ed Brisson. Joshua Williamson wird gekauft. Dann haben wir Batman Spawn Dämonenfluch von Chuck Dixon. Und Dark Mönch. Und Alan Grant. Leute. Zeichnung. Klaus Jensen. Ja. 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 Einfach nur ja. Das krasse zweite Crossover zwischen Batman und Spawn aus den 90ern in neuer Übersetzung und Ausstattung. Danke Panini. Netter Zug. Werde ich kaufen. DC Horror Angriff der Vampire 2 von 2. Hat ja auch lange auf sich warten lassen. Wird ebenfalls gekauft. Da sind ganz schön viele Bände, die ich haben will. Merke ich gerade. Ich muss jetzt so ein bisschen kürzer treten tatsächlich und mehr filtern. Ich kann mir einfach nicht mehr die gleiche Menge an Comics leisten. Das bedeutet für die Videos, also für den Output nicht viel. Also nicht falsch verstehen. Aber was meine Comic-Anschaffung angeht, muss ich tatsächlich erstmal kürzer treten. Das ist einfach Fakt. Superman Action Comics Nummer 4. Das ist auch hier mit Warworld gewesen. Das werde ich auch kaufen. Ja. Warworld Apocalypse. Das ist ganz gut. Superman Action Comics Nummer 5. Gleich direkt im Anschluss. Die Rückkehr von KL. Das gefällt mir aktuell. Push DC Superman wieder in den Vordergrund. Superman ist der Superheld. Und er wurde schon als solcher seit vielen, vielen Jahren nicht mehr richtig behandelt. Rebirth war zwar gut über Superman und auch die Serie Lewis & Clark war gut. Aber allgemein ist Superman ein großer Bestandteil. Eine der Säulen von DC Comics. Und der erste Superheld überhaupt. Also ja, das muss so sein. Das machen die jetzt richtig endlich. Und ich freue mich drauf. Batman Superman World's Finest 2. Ebenfalls sehr, sehr gut von Mark Waid. Und Dan Mora wird gekauft. Ja. Ich sag immer, wird gekauft. Ich gucke, ob ich es mir dann im Endeffekt auch leisten kann in dem Monat natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Zunächst einmal habe ich natürlich Interesse. Und auch hieran habe ich Interesse. DC Shocker Conjuring. Das sind ja die Comics, die auch zu den Filmen passen. Und da habe ich Bock drauf. Ich habe alle Filme gesehen. Und fand sie auch recht gut. Wobei, La Llorona, da müssen wir nicht drüber reden. Das habe ich aus meiner Sammlung geworfen. Irgendwo. Also Müll, ne? Wir gucken jetzt einfach mal hier weiter. Batman und der Joker. Das tödliche Duo 2 und 3 wird auf jeden Fall gekauft. Warte mal. Batman, der Joker. Das tödliche Duo 2 und 3 von 3? Sind das Hefte? Kommt das gar nicht als Paperback direkt? Moment. Batman und der Joker. Das tödliche Duo 1 von 3. Und 2 und 3 von 3. Was? Warum ist denn das falsch rum hier? Das müsste nach links. Das andere müsste nach rechts, oder? Aber was genau ist das? Sind das Album-Bände? Oder sind das einfach nur Hefte? Moment. Inhalt Batman und der Joker. Deadly Duo 3 bis 4. 5 bis 7. Also doch wahrscheinlich Album-Format. Okay. Also die Verteilung hier ist wahrscheinlich einfach ein Fehler passiert. Kann ja mal passieren. Batman Killing Joke. Aber Leute, das hier gehört alles zusammen. Printet das in ein Buch und lasst gut sein. Und verlangt von mir aus keine Ahnung, ein bisschen mehr. Aber das hier ist Quatsch. Batman Killing Joke Album-Edition. Album-Edition? Aber warum? Okay. Ja. Okay. Batman One Bad Day Sammelschuhe mit Killing Joke Album-Variant. Ach so, da sind die ganzen One Bad Day Storys. Jetzt verstehe ich das. Ein Sammelschuber für die. Sammelschuber mag ich persönlich eigentlich gerne. Gerne mehr Sammelschuber produzieren, Panini. Aber macht sie günstiger. Die sind noch viel zu teuer. Batman One Bad Day Bane. Von Joshua Williamson tatsächlich. Oh, das ist jetzt ein guter Writer, der an One Bad Day beteiligt ist. Ich weiß nicht, ob sie unabhängig voneinander alle gelesen werden können. Ansonsten, ja, vielleicht muss ich mir da auch irgendwie Rezensionen oder so. Ja, es ist HC. Ich glaube, HC kann ich gar nicht als Rezensionen haben. Wobei, müsste ich mir nochmal angucken. Ich bestelle zu selten Rezensionen bei denen. Batman One Bad Day Clayface. Ja, das sind die ganzen One Bad Day Sachen. Es ist halt so ein bisschen ähnlich wie aktuell bei Spider-Man. Spider-Man, Spider-Verse, Spider-Wan. Spider-Man, Spider-Verse, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Ham. Und so ist es bei DC aktuell. One Bad Day Bane. One Bad Day Catwoman. Sehr, sehr originell alles. All-Star-Superman, die Neuauflage von Grant Morrison. Das haben wir schon irgendwo mal gesehen gehabt. Batmans Sohn-Neuauflage ist ebenfalls von Grant Morrison. Ich glaube, das ist die Geschichte über die Entstehung von Damian Wayne. Also hier nimmt er seinen Anfang. Batman Paperback 3 kommt endlich. Hat sehr lange gedauert im August. Batman Gotham Knights. Ja, das ist zum Videogame. Bisschen verspätet. Batman und Robin 1 von 3. Die Neuauflage ist ebenfalls von Grant Morrison. Batman, die 4-State-Saga Deluxe Edition. Die werde ich kaufen wahrscheinlich. Batman Collection von Scott Snyder und Greg Capule 2 von 2. Klare Empfehlung. Werde ich persönlich nicht kaufen. Ich habe die Paperbacks und Hardcover. Ich brauche das einfach nicht. Injustice, das 4. Jahr Deluxe Edition. Werde ich auf jeden Fall kaufen. Die sammle ich alle, bis die durch sind. Also alle 5. Fables 6 Deluxe Edition. Nein, nichts für mich aktuell. Wobei ich schon öfter mal Interesse hatte. Und das war es auch schon mit Marvel und DC. Dann haben wir hier die üblichen Verdächtigen, die jetzt öfter mal in den letzten Banini-Vorschau-Sachen beworben wurden. Gillis der Gauner vor allen Dingen. Lisa und Liu, weiß ich jetzt nicht. Kenne ich aber auch nicht. Wir haben hier Star Wars Sonderband Dr. Aphra 5 und Star Wars Sonderband Der Weg in die Freiheit. Das sind ganz gute Sachen hier. Vor allen Dingen sind das auch teilweise Reprints und so. Also ganz nett tatsächlich. High Republic geht weiter. Star Wars Sachen sind wieder schön reichlich vertreten. Und wir haben hier auch von der Sammlung von diesen neuen Sachen, ne, haben wir hier auch weiterführende Bände von 58 bis 63 gelistet. Predator 1 von Ed Brisson. Tatsächlich, ja, vielleicht werde ich mir das mal zur Rezension bestellen. Mal gucken, ob ich das bekomme. Aber, ja, Interesse habe ich tatsächlich wirklich sehr. Alien Band 3, auch daran hatte ich schon Interesse. Aber ich habe mich bislang irgendwie nicht getraut. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Ich denke dann immer, ich bin irgendwie, wie nennt man das? Ja, ich fühle mich so ein bisschen unwohl dafür, nicht zu bezahlen. Irgendwie so, ne. Komisches Gefühl dabei. Auch wenn ich genau weiß, die bekommen halt Werbung als Gegenwert sozusagen in Videoform. Stephen King's Der Dunkle Turm Deluxe 5. Da werden sich einige bei uns freuen. Diablo, Legenden des Barbaren. Passend natürlich jetzt auch zum Spielrelease. Und dann haben wir hier The Expanse, der Anfang. Sagt mir nix, scheint Star Trek zu sein oder so. Ich glaube nicht, ist was anderes. The Witcher, das kleinere Übel. Okay. Five Nights at Freddy's durchgeknallt. Sieht auch durchgeknallt aus. The Magic Order 3. Finally, wann kommt's? Im Juli. Ich bin heiß drauf, werde ich kaufen. Dann American Jesus 3. Was ist das denn? Netflix-Serie erscheint dieses Jahr. Ebenfalls von Mark Miller. Schon Teil 3. Hm, sagt mir nichts. Muss ich mal gucken. Dann haben wir hier Spawn Deluxe Collection. Die zweite Spawn-Squatch Nummer 2. King Spawn 3. Einiges an Spawn mittlerweile. Ich glaube, der Todd McFarlane hat so ein bisschen outgebranched, ne? Dass da ein bisschen mehr Material kommt. Redition, Alphonse Diablo, das offizielle Kochbuch. Manchmal ganz gut tatsächlich, diese Sachen hier. Hinter den Kulissen von The Boys. Interessiert mich nicht. Diablo, das Buch. Lurad. Okay. Ja, ganz viel Diablo. Cross-Marketing. Moses Pelham, Rezeptebuch. Echt jetzt? Der hat sowas? Eifert so ein bisschen Snoop Dogg jetzt nach, wahrscheinlich. The Witcher, das offizielle Kochbuch. Interessant. Ganz schön viele Kochbücher von Leuten, die nichts mit diesen Sachen zu tun haben eigentlich. Super Mario, das inoffizielle Kochbuch. The Evil Crossing, das inoffizielle Kochbuch. Der Basiliskenthron, der Wille, so und so. Life is Strange. Ja, die ganzen Game-Sachen hier. Joker, One Operation. Ja, das haben wir schon gesehen. Jascha. Keine Ahnung. Dann haben wir hier Stuff. Na, ganz viel Stuff. Mehr Stuff. Minecraft, das offizielle Kochbuch, natürlich. Darf nicht fehlen. Kochen jetzt in Pixeln. Deadly Class 12, ein Abschied von Herzen Teil 2. Critical Role geht weiter hier mit The Mighty Nein. Dann haben wir hier The Walking Dead. Avatar Chibis. Demon Slayer. Okay. Bei den anderen Erscheinungen hat mich jetzt nicht sonderlich viel interessiert. Deadpool chillt jetzt noch eine Runde auf diesem komischen Rettungsring à la Wassermelone. Weil der Sommer ist da. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch etwas dabei. Ich bin jetzt nicht allzu begeistert. Es waren tatsächlich recht viele Dinge, die ich dann doch haben möchte. Aber man muss auch bedenken, dass diesmal die Vorschau für drei Monate gilt. Und dementsprechend alles so ein bisschen verteilt sein wird. Und ich hoffe es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen entsprechend. Sagt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren. Auf welche Titel freut ihr euch? Ich hoffe, es hat euch nichts ausgemacht, dass ich die Daten wieder weggelassen habe. Ihr seht sie ja jederzeit auf dem Monitor. Und sorry nochmal für die Verspätung. Ich wollte das Ganze natürlich so nicht handhaben. Aber ja, ist halt diesmal irgendwie so gelaufen. Diesmal war ich halt nicht irgendwie als erstes direkt vorm Bildschirm und habe das Ganze mir angeguckt. Sondern Mitte im Monat hier. Ist ja auch egal. Wir haben hier The Making of Blade 2. Das habe ich mir privat vorhin angesehen. Sehr, sehr empfehlenswert. Kann ich euch tatsächlich empfehlen. Wie ihr seht, habe ich erst bis Minute 23 geguckt. Und ich war schon vom Inhalt begeistert. Hier geht es um die Special Effects, die sie verwendet haben. Unter anderem Puppen. Aber auch CG gemischt. Und ich wusste beim Erscheinen des Films, als ich ihn mir angeguckt habe, nicht, dass überhaupt irgendwie Puppen involviert waren. So gut ist das Ganze gemacht. Und des Weiteren sagt Del Toro ja viele, viele Sachen hier, die recht gelungen sind. Und ich habe auch heute schon im Discord gepostet, um was wetten wir, dass der neue Marvel Blade Film sich nicht so einen Aufwand machen wird. Denn Del Toro hat gesagt, er wollte einen guten Nachfolger zu Blade 1 produzieren, hat seine Hausaufgaben gemacht, jeden Shot von Norrington vom ersten Teil angesehen. Und ja, ist einfach beeindruckend. Und auch die ganzen Sets, die man so sieht, haben wir schon seit Jahren so nicht mehr gesehen. Meistens ist alles nur noch Greenscreen und hier ist alles echt. Und welchen Beitrag Wesley Snipes dazu geleistet hat und wie gut Norrington diese Figur interpretiert hat oder neu interpretiert hat. Alles hier drin. Er spricht auch über den Comic. Also Del Toro nach wie vor ein sehr fähiger Mann. Der hat ja auch zum Beispiel Hellboy dann gemacht, die ersten beiden Filme. Und es ist einfach, auch Blade 2 war ein hervorragender Film. Kann ich jedem nur empfehlen, falls ihr die Filme nicht gesehen habt, was macht ihr? Holt das Ganze nach. Das gibt es auch mittlerweile in HD. Besonders den ersten Teil. Der erste Teil ist Kult. Und der zweite ist auch Kult. Der dritte ist nicht besonders Kult. Ja, das ist etwas, das ich mir heute angeguckt habe. Deswegen war das noch offen. Ich habe hier auch ein Like natürlich gelassen. Und der andere Tab, das hat mit Gaming zu tun. Ich wollte mal angucken hier, was Yong zu Starfield sagen wollte. Er ist jetzt wohl offiziell begeistert und excited dafür. Ja, so viel dazu. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Während das Ganze hier rendert und hochlädt. Hochlädt, werde ich mir gleich privat nochmal einfach diese Videos hier weiter angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal, falls ihr mich bislang noch nicht kanntet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye. Buns. Untertitelung des ZDF, 2020